Hallo und herzlich willkommen zurück zu R&R Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Persona 5 Royal und das ist Part 6. Und wie immer, Spoilerwarnung für die Leute, die es nicht gesehen haben. Oder gespielt haben, besser gesagt. Und wir legen direkt los. Ich glaube, ich muss schlafen gehen. Ich bin ziemlich ausgebrannt. Am besten gehe ich bald schlafen. Dann gehen wir doch schlafen. Kamoshidas verzerte Begierden stehlen. Schaffen wir das wirklich? Aber ich muss jetzt schlafen. Und jetzt haben wir Friday. It's Friday then. Unglaublich, dass Susui-Senpai sowas Wichtiges verpasst hat. Was wohl passiert ist? Herr Kamoshida, wollte sie sehen. Ich habe gehört, dass die zwei noch spät zusammen sind. Was da wohl los ist? Du glaubst doch aber nicht, dass sie... Nein, das kann nicht sein. Mann, in letzter Zeit gibt es nur noch schlechte Nachrichten. Ich habe Angst vor der Zukunft. Oh, übrigens, offenbar besucht uns heute ein Gast in der Schule. So ein junger Typ, glaube ich. Oh, erzähl weiter. Gleich anderes Thema. Gerade hat sie noch Angst. Oh, erzähl. Das war es. Legislative. Judikative. Und noch eins. Legi. Judi. Huh, ich habe vergessen, was drüber ist. Exekutive. Jetzt. Genau. Legislative, Exekutive und Judikative. Ich habe Exekutive vergessen. Diese Division der Macht verbreitet Checks und Balance, das ensures, dass kein einer Branche unstoppable wird. Äh. Hast du deine Meinung aufgemacht? Mach dir Miau. Nichtsdestotrotz, wie viel Gedanken du machst, gibt es nur eine Option. Du wäre besser, einfach zu hören zu mir. Warum bist du da drin? Warum bist du da drin? Hm, habe ich gerade gehört, ein Katt? Ja. Hä, hä, hä? Ja, 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 sie ist Miau. Hm, könnte dieser gesammelt Katt irgendwo nahe sein? Sattel, wir sind im Laufe einer wichtigen Lektion. So sieht's aus. Ist noch Handy. Es bringt nichts. Mir fällt einfach kein anderer Weg ein. konzentriere dich auf die schule schwänzt du ich kaufe diesen scheiß gerade einfach nicht klar ich meine was machen wir gegen kamo cheater machen wir einfach das was diese katze und sagt diese verdammte feldknäufe jetzt rastet er gleich aus wer und wir chillen da einfach gerade alles steht auf unseren stock und wir gucken einfach nur nach vorne nicht meine nicht mein bier nicht mein problem ich chill hier jetzt jetzt hat er den kopf bewegt kamaki hat sich bewegt ich muss auch bis auf dem dach hat sich umgebracht also jetzt ganz ehrlich jetzt hat kamo cheater verkackt jetzt juckt mich nicht mehr stirbt echt 0 davor die nur so ein bisschen ob es der verdient aber jetzt feuer frei auge um auge zahn und zahn alle jetzt hat das verdient aber sowas von ich will das Das ist krass, wenn man die irgendwo liegen sieht. Ein bisschen in den Hof, ne? Wahrscheinlich hier durch. Was ist hier denn los? Practice Building, was ist das? Andere Seite? Hup, 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 hup. Das ist auch voll. Aber nicht so viel. Ja genau, sieht weniger aus. Aber zum Ausrufezeichen. Also ich dachte, ich habe irgendwie ein anderes Charakter gesehen. Einen wichtigen. Oh, da liegt sie. Alter, dass die Krankenwagen schneller angekommen sind, als wir runtergebracht haben. So, wir sollten das an Prinsipal Kobayakawa verlassen. Ich gehe. Bitte schnell. Zum Glück. Ich bin entschuldige. Das ist ein bisschen der Ball. Das ist ein bisschen der Ball. Mann? Oh, noch bei Bewusstsein ist schon mal gut. Dann ist sie wahrscheinlich nicht Kopfübergesprungen. Aber dann müssen sie die Beine und so, wenn die noch laufen kann. Kommt immer auf die Höhe noch an. Bah, ich krieg den Sau. Ich bin sorry. Ich kann es nicht mehr nehmen. Hat er sie... Ihr wisst schon wie? Angetatscht? Oder was alles nur Gewaltschläge. Boah, ey. Dass sie springt, das muss ja richtig schlimm gewesen sein. Also für mich ist er freiwillig. Ich würde den... ...einen Köpflik hier zu machen, ehrlich gesagt. Mich würde es echt nicht jucken. Ja, fühl dich schuldig. Du hast sie hier reingeschickt. Er weiß etwas. So hässlich. Hast du verdient. Jetzt musst du reden, alle. Es geht hier mal mit Menschenleben. Zeig mal einmal hier Cojones, komm. Ja, aber ich hätte auch Angst. Nicht, dass da nichts ist, was springt. Ah, so eine verzwickte Mühle. Wie sagt man? Zwickmühle. Verzwickte Mühle. Weißt du etwas? Ja. Er ist richtig. Wir versuchen dich zu verabschieden. Wir werden nicht sagen, dass du auch gesprochen hast. Zizui... Sie wurde... ...zuliert von Mr. Kamoshita. Wait, was? Was? Ich wurde von ihm ein paar Mal, auch. In der Kirche. Es war nicht nur ich oder Zizui. Er würde jemanden nominieren, wenn er in ein schlechtes Mühle ist. Und sie verabschieden. Also, das physische Verabschiede war wirklich. Aber gestern, er hat Zizui aus dem Blüten. Er hat keine Fehler gemacht. Mr. Kamoshita war wirklich irritiert. Das war die Zeit. Also, es muss schon... Wurder als normal. Alter, ich will den Typen zusammen schlagen so hart. Alter! Er hat nicht... Das, Mann von B****! Ah? Der hat jetzt einfach hinrennen und Droppkick ins Gesicht. Aber mit voller Wucht. Ich hoffe, dass Sakamoto einen Dr. Kamoshida finder. Dr. Kamoshida ist wahrscheinlich in der P.E.Fakultie, auf der zweiten Flur. Wirklich? Er ging in der P.E.Fakultie. Wir müssen ihn nach. Mit Ausrufezeichen. Ich komme! Ich bin mitschlagen! Ach, die Eier hat so zu reden, Alter. Ich war nicht in der P.E.Fakultie. Was hast du gesagt? Du... Du hast mich gefordert, um hierzu Zuzui zu kenne. Ich kann nur vorstellen, was du mit ihr getan hast. Du gehst weiter und weiter über Dinge, die du keinen Proof hast. Basisch? Du machst einfach diese Begriffe, weil du kein Regulärer auf der Team sein kannst. Alter! Der Tim ist so widerlich! Das ist nicht so, was es geht! Das ist nicht so, was du denkst! Auch wenn es so genau wie du es denkst. Hypothetically speaking, was kannst du tun? Wir haben nur ein Telefon von einem Krankenhaus bekommen. Zuzui ist in einem Koma und ihre Chancen der Rehabilitation sind schmerz. Wie würde jemand so ein Statement machen? Alter, widerlich! Ich... Es gibt keine Chance, dass wir hier besser werden. Oh, die schlechte Frau. Nein! Das kann nicht sein. Ja, der widerlich! Das wieder? Das bedeutet, dass wir noch ein anderes Fall von Selbstversorgung haben müssen? Du schaust dein Kopf, du scheiße! Warum stoppenst du mich? Lass dich nicht reizen! Aber trotzdem! Du schaust ihn? Oh, du schaust ihn? Was für eine Überraschung! Du schaust ihn? 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 Deine Zukunft sind mir zu nehmen. Jetzt komm aus meiner Sicht! Ich kann nicht glauben, dass dieser Scheiße mit dem weg ist! Du schaust ihn? Wir dürfen nicht aufgeben. Der wird sich noch wundern. Huh? Oh, richtig! Wir haben das! Huh? Hast du deine Gedanken verloren? Du wertvolle Kinder machen keinen Sinn. Aber sicher! Geh jetzt und probier's! Nach allem. Du hast viel Zeit, um zu töten, bis zur Expulsion. Ich bin bereit. Ich bin mehr für zum Schlagen. Ich bin mehr für zum Schlagen. Hey! Ich habe. Someone war fast wegen ihm. Ich gebe nicht ein Ratsass, was ihm mehr passiert. Und du? Ich stimme zu. Es gibt keinen anderen Weg. Äh! Ich stimme zu. Auch wenn es einen anderen Weg gäbe. Der Typ... Ne! Der hat's nicht verdient. Dann ist es zertal. By the way it's getting rid of a palace hard you've tried it before right when did I ever say that what were you just pretending to know is it true that you're getting expelled everyone's talking about it so you came all this way to tell us that you're going to deal with Kamoshita let me in on it too I can't just sit back and do nothing after what happened to Shiho this has nothing to do with you don't put your head into this but it does she lost my I said don't get in our way that was harsh we can't take her somewhere like that I hope she doesn't do anything too crazy women can be much bolder than men at times we just gotta hurry up and deal with Kamoshita let's go already the moment we cross over we'll treat each other like phantom thieves so I hope you're ready huh phantom thieves those who covertly sneak in and stylishly steel treasure that is what we become stylistic thieves I understand not thieves haha that sounds kinda cool yeah so we just gotta say the school Kamoshitas name and castle then we end up in bizarre world how the hell is all this work someone make it meh egal natürlich that's kinda creepy but uh seems useful enough we'll show that effing Kamoshita let's go they really are going to do something and they merken's nicht dummitte Katze hast kein Geruch kitty cat they're doing something on their phone name school huh huh jetzt haben wir blinden Passagier alright time to bust on through what is this haha t-t-tukamaki killa kun hey why are you here how should I know what's going on hey where are we isn't this the school oh oh Mogana I see perhaps she was dragged in because of that app thing if multiple people can enter with the person who uses it it stands to reason it'll pull anyone nearby for real wait so this is related to kamoshita huh anyway so you gotta leave shoo 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 no the shadows are going to find us if you make a scene no way it's hot oh my god it's a monster cat monster huh you better explain what's going on I won't leave until you do looks like we got a force her but how are we supposed to do that just take her back to where we came in that's how it worked last time right oh yeah I'll tell you something I'll tell you something I'll tell you something I'll tell you something we can't deal with kamoshita if we don't yeah she could also she will also rach she's her best friend what are you we'll explain after everything's over hey and just where are you touching haha wow sorry i didn't mean du perversling du that's not important you guys seriously ah have we sie rausgeschmissen we better be careful from now on when we use that app you should have checked the tools you used why do i the one who is just watching know more about it than you two shut up shut up ah geez takamaki found out right when we were starting off we got to deal with this fast that girl's name is on takamaki right lady on that's 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 the shadows have noticed us you better brace yourself got it yep we're counting on you joker immer doch joker don't refer to it in such a lame way it's a code name what kind of stupid phantom thief would use their real name i'm not down for that and there's no telling what kind of effect yelling our real names will have on the palace ah stimmt auch wieder it's just a precaution so uh why is he joker because he's our trump card when it comes to fighting strength uuuuuh nicht übel ist ja peinlich nicht übel ist mein neues lieblingswort wie es aussieht nicht übel next up is you ryuji you'll be let's see thug rowdy are you picking a fight with me yeah i'll choose it myself when it comes to me it's gotta be this mask honestly i actually kinda like it what if we named me after this was on skull fine skull then nice what do we do about this ones code name kitty cat was meinst du ganz egal irgendwas was meinst du how about mona well if joker thinks it's easier to call me that then i'll go with it alright from here on out we're joker skull and mona we need to be absolutely thorough about using those code names from now on okay time to go steal this treasure thing let's make it dash for it let's make it if you're going to run r2 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 r3 r2 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 r3 Scheiße. Der hat sich mit dem Weg so gut zu kommen. Es sieht so aus, dass diese Tür immer noch nicht öffnen würde. Habe ich dir schon letztes Mal gesagt, dass du nicht von vorne reingehen... Ach, ich erinnere mich. Nehmen wir den gleichen Weg, wie beim letzten Mal. schade ein schein kennen sie diesen weg hinein noch nicht joker skall seid ihr bereit gehen wir so wie sehen die aus gibt es hier so schatzkisten rpg style da ist nix das sind einige gegner das ist auch der boss hey mode can we just beat the crap out of him and call it a day look at all those soldiers idiot it'd be suicide and i'm sure you don't want to repeat of last time besides don't you want him to confess his sins there's no point beating him up we need to steal his materialized desires the treasure fine uh so where is it it has to somewhere in the depths of this castle let's infiltrate further in while he's out here okay wenigstens geht's hier auf okay verdammt hier drüben ist auch eine wache was willst du tun sollen wir ihn platt machen warte das ist vielleicht eine gute gelegenheit euch was beizubringen also joker bist du bereit loszulegen moment noch gehen wir was willst du uns beibringen pixie oh oh Oh, Schuss ist eine Schwäche? Verführerisches Mädchen, wirklich? Ihr seid die Eindringende, von denen König Kamoshila gesprochen hat? Das ist ein Albtraum. Was macht ihr jetzt mit mir? Gelte, ich will einen Gegenstand. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist Punkt, Punkt? Warum sagt ihr nichts? Wenn ihr mich töten wollt, dann sagt es mir wenigstens. Well, etwas along those lines. Now let's it be money or items. Just cough it up. Aber das passiert so plötzlich. Ich habe doch gar nichts bei mir. Ne, normalerweise habe ich das. Was passiert? Wieso? Wartet? Entschuldigung, aber wir sind in eine Runde. Komm schon! Können wir das nicht anders regeln? Bitte tüt mich nicht. Lass mich gehen. Wollte sie was Verruchtes machen? Gut, du hast den Falschen ausgewählt. Ich schicke dich in die Hölle. Du hast den Falschen ausgewählt. 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 Gut, du hast den Falschen ausgewählt. Kannst du das wirklich ausschlagen? Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin wie du. Ich fühle mich so anders. Irgendwas passiert gerade. Was ist hier los? Oh ja, ich erinnere mich wieder. Ich gehöre nicht bloß zu König Kamoshida. Ich bin eine Existenz, die in dem Meer der Menschenseelen herumtreibt. Mein richtiger Name ist Pixie. Ich bin Pixie und ich werde in deinem Herzen weiterleben. Was? Ah, stimmt. Ich habe meinen Freund. Einen. Hatte für gar kein Geld, ne? Was zur Hölle war das denn? Der Gegner wurde in Jokers Maske gesogen. Keine Ahnung, damit hatte ich auch nicht gerechnet. War noch ein Kampf. Eindringlinge, Halt! Mist, sie haben uns entdeckt. Alter, gleich das nächste. Was von dir an seine Schwäche? Der letzte Kampf hat neue Möglichkeiten in mir geweckt. Personas wechseln. Das Potenzial von Rob ermöglicht es, mehrere Personas gleichzeitig zu haben. Du kannst du frei zwischen gerufenen Personas wechseln. Wechselst du deine Persona, erinnert sich deine Werte, Elementar, Affinität und verfügbare Skills entsprechen. Drücke im Persona-Menü L1 oder R1, um Personas zu wechseln. Wenn du nicht kämpfst, drücke R3 und wähle Personas, um sie zu wechseln. Normalerweise kannst du beliebig Personas wechseln, aber während des Kampfes kannst du nur einmal pro Zug Personas wechseln. Oh, sie kann heilen und Bid. Nice. Pixie! Oh, Elektro ist schwäche. Du! Is that the shadow from earlier? Don't tell me. Did you take in the shadows appearance and powers as a persona? Yes. Nice, hä? Das Ding ist, der schlipsst du sofort, wenn ich Elektro mach. That's not right. Kann ich irgendwie, warte mal, Charakter wechseln, geht das? So, ich sogenannte Befehle. Da ist eine Persona. Ich möchte irgendwie Hilfe. Infos. da weiter kampf infos zurück ach keine ahnung der stelle sofort ich habe meine kräfte rausgeholt ist das gut das stimmt schattenverhandlung während des holdups kannst du mit gegnerischen schatten verhandeln hast du mit erfolg kannst du eine neue persona erhalten ist dagegen eine persona die du bereits besitzt erscheint eine maske neben ihrem namen sagst du gib mir deine kraft gewährt sie deiner eigenen persona ep auch wenn sie momentan nicht ausgerüstet ist entscheide dich zwischen einem mächtigen angriff für erfahrung oder einer verhandlung für eine persona oder eine belohnung ich mag dich jetzt noch mehr ich habe wirklich etwas spezielles dann latschen wir doch einfach mal weiter ich weiß nicht wieso aber irgendwas kommt mir an diesem flug komisch vor im moment können wir hier nichts tun versuchen wir es woanders okay die werden doch angezeigt was für eine schwäche warte mal einfach mal infos ne infos da analyse wind ok versuchen wir einfach nicht umgekippen ja aber wie wie tue ich wechseln auf dem anderen was ist rush oh was war rush achso die greifen dann automatisch an ok 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 kauf oh oh euer o o o o o o o o o Den will ich haben, aber der stirbt sofort. Ja, die sind gleich alle down. Wie kann ich die überreden, wenn die zu mir kommen, wenn die gleich sterben? Jetzt sind es sogar zwei, ist auch nicht umgekippt, kann man nicht irgendwie leicht angreifen, das überleben, kann man nicht irgendwie auch anders hold up machen, rushs und greifen alle an. Irgendwie ist es schwer, die am leben zu halten, neuer skill, patra, silberleuch, was für eine Punktzahl, joker. Warum probierst du es nicht aus? Zeit für etwas Abwechslung. Eine Waffe manifestiert aus einer erweckten Macht. Ah, die hat 98, die habe ich schon ausgerüstet, gehen sie überdolch. Ja. Mehr Angriff, oh einiges mehr, 20 mehr und Präzision auch zwei mehr. Sehr schön. Und sonst ist hier nichts mehr, aber jetzt wissen wir, okay, wie Kisten aussehen, das ist schon mal sehr gut. Alles wieder so ein Ding Raum. Wahrscheinlich heißt es. Oh, eine weitere nebulöse aussehen der Tür. Das ist das Ding, wie hieß es doch gleich? Ein Schutzraum. Wir können unsere Strategie drin besprechen. Hier gibt es viele Orte, die selbst ich nicht kenne. Jetzt wieder reinkommen. Hey, Madame. Ah, jetzt hat sie sie auch. War schon plötzlich wieder hier, hä? Achso. Im echten Leben, wahrscheinlich. Wie soll es sich das Schmiede zahlen? Nein, nicht so wunderschön. Erstens brauchen wir eine Infiltrationbrut. Oh, was? Ein Weg zu den Schmiede-Lokation. Aber ehrlich, ich denke, wir brauchen mehr Mensch-Puhr, um das zu erledigen. Aber ehrlich gesagt, ich denke, wir brauchen etwas mehr Mensch-Puhr, um das zu erledigen. Das wäre gut. Auf jeden Fall wäre eine andere Person schön. Hey, du sagst, du hast deine Erinnerungen nicht, aber du wirst immer noch darüber wissen, dass du diese Dinge? Denkst du, dass diese Dinge wirklich Amnesie bekommen? Ziemlich verdächtig. Ich glaube an Mona. Zumindest du bist ein Schritt über diesen Schein. Keine Ahnung, du bist ein Schein. Du bist wirklich großartig, aber was ist es, dass du einfach ein Trailer im Endeffekt bist? Das kann nicht sein. Aber warum war eine Prinzessin in so eine wunderschöne Ort? Prinzessin? Ich könnte sagen, dass wir die Sprache von einem Intruder haben. Es geht nicht jetzt. Wir müssen sie zurück zum King Kamoshida zurück. Wer ist diese Prinzessin, die sie sprechen? Ich sollte wahrscheinlich darauf achten. Und noch eine andere Frage geht unbeantwortlich. Dinge wie das Kastel und die Navigation App sind mysteriös. Aber Morgana hat sie beide gebeten. Oh Gott, Entschuldigung. Was war ich wieder? Oh ja, Skull. Das ist schlecht. Das war schnell. Seine Freundin, Lady Onn. Lady. Sie wurde von Schäden genommen. Wait, was? Wir haben sie zu Hause früher. Wenn Lady Onn tatsächlich hat die App, könnte es möglich sein. Oh nein. Nein. Du sagst mir nicht, sie wurde auf sie, wie meine. Verdammt. Wir haben sie raus für ihre eigene Sicherheit. Und sie kam einfach wieder bei uns selbst. Verdammt. Verdammt. Wir haben keine Zeit für eine Pause. Wir müssen uns beeilen und sie retten. Aber das Safety Safe können wir machen. Sehr schön. So. Fällt mir. Ich gehe voran. Sie ist direkt hinter diesem Ort, der aussieht wie ein Speisesaal. Gehen wir. Nach unten. Wer ist hier? Der Chefredakteur. Ich muss hier durch. Oh, jetzt ist es offen. Okay. Ich bin soweit. Das ist die Antwort. Einen Moment. Ich bin soweit. Ich muss sagen, ich bin soweit. Ich bin mehr als soweit. Ich bin ready to go. Was ist alles über das? Geräusche. Ich werde die Körner nennen. Also, das ist der Intruder. Kamoshida? Wer ist das? Mehr wichtig. Was ist dieses Ort? Warum ist die Schule so etwas wie das? Ich kann nicht glauben, dass du meine Gefühle genommen hast für jemanden wie sie. Du Angst hast? Was ist diese Outfit? Hast du dich verloren? Ich mache das, was ich bitte hier. Nach allem, das ist mein Kastel. Das ist mein Weltmeister. Was ist das? Das ist ein Blitz. Das ist eine Blitz-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf-Auf. Was ist ein Wunscher. Das ist nicht lustig. Das ist genug von der Kamoshida, Kamoshida. Die Mädchen hat mich entschieden, was ich erzählen. Was hast du davon? Die Nachdenken, ist total nicht vergleichbar. Was ist das? Das ist das. 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 Der wird immer nerviger. Alter. Sieht echt so aus. Wie oft sie Bock haben. Alter, ich hätte sie wirklich angefasst. So ein Scheiß. Alter. Alter. So ein Scheiß. 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 Ich mag dieses Maske abreißen. Ich mag dieses Maske. Ich mag die Toilette. Der Kackerkönig. Okay, okay, okay. Ich sehe keine Schwierigkeit. Lass uns das machen! Carmen! Du hast es geschafft! Wir fallen weg! Was gibt es? Mächtiger Angriff? Formation lösen? Reden? Gib mir deine Kraft! Zeig mir das Geld! Ich will einen Gegenstand! Gib mir deine Kraft! Ach, das ist doch blöd. Warum reden wir überhaupt? Die Wurde sind nicht durch! Was aber jetzt im Bosskampf ist oder wie? Oder geht es nur bei bestimmten Personas? Hm... Nicht, dass ich sagen könnte, dass du deinen verdammten Dickschädel durchdringst. Achso, weil es bestimmt ein Bosskampf ist. Da möchte ich ganz kurz. Gib ihm! Oh, er hat überlebt, ne? Ich kann kein Feuer. Schauen wir, was Elektro bringt. Resistent, okay. Wind! Auch resistent! Du kannst auch nur Elektro. Dann ballern wir! Oh, der liegt immer noch! Nicht schlecht! Finde ich schön! Easy! Es wird nur da runterfliegt. Immer noch im Sitzen! Nice! 26! Sehr schön! Wie viel Money! Neuer Skill! Ausfall! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Was ist das Ding? Ist es lebend? Wie kann es sprechen? Und... Wo in der Welt sind wir? Just calm down! Everything's going to be okay. Don't worry. Morgana ist wie so ein Pritz in der weißen Rüstung. Und das ist ein Pritz in der weißen Rüstung. Das ist der Pritz in der weißen Rüstung. Aber das ist alles! Wie kann es sein? Wie kann ich denn das nicht so schlafen? Wie kann ich denn das nicht so schlafen? Wie kann ich denn das nicht so schlafen? du siehst super aus ich glaube irgendwie sieht super aus gibt Minuspunkte berück dich super aus berück dich super aus ich weiß es nicht gibt es die Pluspunkte ist jemand die wie sagt man ihr auf ihr aussehen so viel setzt und schämt sie sich und ich muss nur sagen berück dich ist halt so dass seine Persona aber theoretisch wenn sie so aussieht und ihre Persona ist dann hat sie nichts dagegen freizügig zu sein oder die super aus her what are you talking about what the hell are you thinking well I'm stumped a search party will be coming for us soon there's no time to explain we don't have a choice let's retreat for now we were just getting fired up and you had to go and get in the way yeah fine here give me your arm you take the other side hat sich berückt thanks looks like we made it back hey okay well pretty much bis sicher wait i lied i'm still confused about all of this you may be safe now but a lot sure did happen back there at any rate we stand out too much here let's relocate to a safer spot wo ist der safe spot ein echter buddy um morgana right i really am talking to a cat this feels so strange oh sorry you're not a cat right it's only natural that you're confused demanding that you understand all of this right after what you went through is asking too much hey hey morgana as ryuji das gleiche gemacht hat hast du gesagt idiot warum checkst du nix du kannst nix und bei ihr oh 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 honestly still can't believe what happened that power my persona it's the will of your rebellion lady on with it you'll be able to fight in that other world so if what you told me is true we can make kamoshida have a change of heart right if he like is it really possible can we actually force him to confess his crimes the volleyball teams keep in quiet about this while teachers and parents turn a blind eye if guys like us try and complain they're just gonna shoot us down going all in on this plan is the only choice we got then let me help too i want to make him pay for what happened to shiho he just keeps going like nothing happened even after what he did to her oh 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 i agree as well we are lacking in manpower after all don't worry i'll protect her even if you said no i'd just go in alone oh right you can go by yourself i guess it'd be more dangerous turning her down ah fine then it's decided well i hope we get along i'm going to make kamoshida a tone for what he did not just for shiho's sake but for everything he's done we're not going to have a culture okay i don't want to die bade a lot of people are to suffer because of him i'll do whatever it takes i spür eine starke kampfgeist bei an zeigt mir dein kampfgeist damit sind wir schon zu viert ne richtige diebesbande A group like yours must have relied on subtlety and misdirection. Otherwise, you'd never survive. Some of you might even have been hiding behind a public face their entire lives. If you're listening, then answer me. I am Thou. Thou art I. Thou hast acquired a new Thou. It shall become the wings of rebellion that break it by chains of captivity. With the birth of the lovers persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. And one more... Liebenden? L'amour Vrond. Vertraute an Takamaki. Liebende Arcana. You have the Liebenden Vertraute free-geschaltet. The fusion of the Person of the Liebenden Arcana gives you an ECP through the Arcana-Schub. Let me know when you're back in. Oh, wait. We don't have each other's info. Hey, gib mir deine Nummer und Chat-ID. Und ähm... Ich werde dann auf dich antworten. Gleiches geht für dich, Morgana. Kann man alle Frauen Diebende haben? Oder wie ist das so in manchen Frauen? Oder kann ich... Ich hab... keine Ahnung. Ein Kumpel hat mir mal erzählt, weil er das ja durchgezockt und hat gesagt, er kann Beziehungen haben. Und ich soll aufpassen. Das hat er mir gesagt. Sonst kann bei mir sowas passieren wie bei Witcher 3. Wo ich dann mit allen eine Beziehung hatte. War ich am Bett gefesselt und die Frauen haben mich verlassen. Und dann war ich schon ganz alleine da. Geweint. Angekettet. Bis dein bester Kumpel Rittersporn kommt und dich rausholt. The pleasure is all mine, Lady Anne. What a kind girl. Such admirable consideration for others. And the innocence to cast herself into the jaws of death to achieve her goal. She cares about her friends and she's beautiful to boot. What a girl. She's captured my heart. Ah, Morgana. Dude. You know, it'd be better if this group could get together quick from now on. True. Our best option would be to make a secret hideout where we could discuss these things. A hideout, huh? I like the sound of that. The school rooftop would work. It seems like nobody goes up there. For the time being, that will make the perfect hideout. Nice. I can't contact you from inside a palace, so I'll stay in this world. That being said, I'll need someone to take care of me. I'm personally nominating you. You should feel honored. Thank you. This is all you. There's no way I can at my place. The train will unite soon. Well, we now have our hideout, so let's meet there tomorrow. Okay. Let's go look at my new residence for this world. Das Dach der Shujin Akademie ist ab jetzt euer Versteck. Du 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 du. Stand upstairs, while we're open for business. Punkrockfrau? Punkrockfrau? Punkrockfrau. Die kommt mir bekannt vor. Yes? Hey, lay off their customers. Sorry if he was rude Dr. Ah, sie war Detektorin! Er will just sitz bei der Übersetzung nicht. Tut mir leid, falls er zu aufdringlich war. Und jetzt, er hat mir nichts als Doktor gesagt. ich will doch nur hallo sagen warte noch bis später das kaffee hat doch noch geöffnet chill 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 hehehe Ach komm, heul doch nicht. Sie hat kein Zuhause. Sie wurde ausgesetzt. Sie ist mir gefolgt. Sie hat kein Zuhause. No problem. No problem. Sie hat einen Kumpel in dieser Kumpel. Das wiederum. Ich denke, bei normalen Menschen, ich so wie ein Kumpel. Serious? Ich musste immer wieder auf den Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel-Kumpel. Also ein Katzenmann, hä? Du magst Katzen. Trotzdem hat er schon rumgenörgelt. Äh, das sind die meisten. Ist diese Gestalt menschlich? Bin ich gespannt. Und ich habe eine ziemlich gute Idee, wie es zu tun ist. Das ist weshalb ich in der Kastel in der ersten Stelle war. Wenn ich es so denke, habe ich nicht in dieser Welt getrunken. Ich mache mich klar. Deine Arbeit zu nehmen wird nicht für nichts. Es wird geben und geben. Aus meiner wunderschönen und dexterlichen Natur habe ich viel Intel über Infiltration-Tools. Wirklich? Ich kann dir nicht mehr erzählen, wenn wir auf ein Problem haben. In Bezug auf dich, dass ich mich hier behaupte, werde ich dir über diese Tools erzählen. Wie klingt das? Abgemacht. Ich mag diese Antwort. Dann ist es ein Problem. Die Morgana wirkt ziemlich zufrieden. Jedes Mal, wenn ich ein Bond mit jemandem habe, eine Beziehung. Dann wird sie immer nach vorne und dann stellt sie eine Frage, oder was? Meine Anwältin. Ich sage über Antwort, aber er kennt keine Antwort. Jetzt kommt Magier, ermöglicht die Herstellung einfacher Infiltrationswerkzeuge, du hast die Magier vertraut und freigeschaltet, die Fusion von Personas des Magier Arcana gewährt dir jetzt EP durch den Arcana Schub. Du hast von Morgana gelernt, ebenfalls Infiltrationswerkzeuge zu machen. Eier Maschine. Je stärker diese Macht bekommt, desto stärker wird es als Trump-Karte. Alles klar, ich werde dir mit dir, woher du gehst, von heute auf. Die Personas sind die Kraft, die von einem Herz aus. Ich versuch's. Ich versuch's. Außerdem begleite ich dich, wenn du ausgehst. Keine Sorge, das kostet nichts. Allerdings klingt es ziemlich unbequem, in Katzenform auszugehen. Naja, da kann man nichts machen. Ich muss mich damit abfinden, in der Tasche herumgetragen zu werden. Danke für alles heute. Du hast mich gerettet und ich habe mich gar nicht richtig bedankt. Schon gut. Mach dir keinen Kopf. Bedank dich für Ryoji. Schon gut. Mach dir keinen Kopf. Das kann ich nicht. Jedenfalls wollte ich es dich wenigstens wissen lassen. Bis morgen. Jedenfalls ist das hier wirklich ein Ort, an dem man leben kann. So. Aber dann kannst du mal anderes aufräumen. Jetzt sollten wir ins Bett gehen. Hast du dann ins Bett? Das ist echt dein Zimmer, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, aufräumen wir da auch nicht. Wow, ist der Katan riesig. Ach, das ist ein Zeug drin. Bestimmt bist du müde vom Meta-Universum. Lass uns schlafen. Okay, runter kann ich auch nicht. Ich bringe dir bei, wie man einfach Infiltrationswerkzeuge herstellt, nachdem du dein Zimmer aufgeräumt hast. So. Aber. Ich würde sagen, das war's für heute. Machen wir erstmal das Safety Safe. Yes. Und dann sag ich, danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von R&R Production. Das war Persona 5 Royal. Und das war Part 6. Ja, ich glaube 6. Und wie immer, wenn ihr Bock habt, subscribt, liked, kommentiert und bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.